Aufstehen! Aber flott! Die feuchten Träume von Mama sind vorbei! Raus mit euch, aber zügig! Zwei Minuten in den Sparzeugen, gebt Gas! Und Tempo! Raus aus den Bänden! Nur die Kerle! Ja, ja, nehmt noch! Hattest du nicht, dass das die Sportklamotten weggetan hast, oder? Nö! Raus aus den Bänden! Nur die Kerle! Zwei Minuten Sport für El Proul! Los, bewegt eure Elf, ihr Pfeifen! Tempo! Aufstehen! Aber fix jetzt los! Bitte was, Sir? Gib Gas, du Pfeifen! Finger aus der Frau und raus! Zwei Minuten am Podium Sport, Sir! Ich geb Gas! Beide euch! Was sagt denn? Was sagt denn? 1,30! Was ist los? Komm! Tempo! 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 Rüber in den Garten, los! An den Pool! Gas! Nur die Kerle! Kommt, Junge, bewegt dich! Kommt, Junge, bewegt dich! Kommt, Junge, bewegt dich! Kommt, 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 kommt! Schuhe an, das Lammes rüberziehen! Gas! Drüber aufstehen! Eine Reihe! In der Mitte, eine Reihe! Runden zum Zaun! Kommt, Leute, rechts! Kommt, komm, Ruhe, die Pfeifen nochmal schnell! Kommt, Junge! Kommt, Junge! Und Sie tun das schon, Teil sich mal ein bisschen aus dem Ertromant bewegt! Da geht es nicht mehr! Kommt, Junge, Tempo, strahlen sie vorbei! Raus, gehst schneller raus! Tempo, Tempo! Die Vöchten altrehen sind vorbei! Kommt, komm, komm! Eine Reihe aufstehen! Ihr Penner, eine Reihe. Wie sieht das aus? Der klangst nach links, der größte nach rechts. Komm, ich kenne das Spiel. Weiter nach vorne. So, es ist ja in einem Spiel. Hände auch so in Tasche. Ich toge die erste Runde, aber nur Spaß. Ah, unsere Altprinzessin ist auch schon wach. Schön. So, gleich die erste Ansage zuerst. Wer hier jetzt nicht ordentlich mitmacht, der muss fittern. Ich hoffe, ihr wisst das, das Volk alles. Heute wird es ernst. Ich finde es lustig. Gestern haben wir Spatz gemacht. Heute ist kein Spatz. Ich würde euch jetzt so den Arsch aufmalzen, weil gestern habe ich ja noch gesehen, wie so ein bisschen eine Prallschule. Willst du mich reichen, willst du mich küssen? Nein. Dann guck mir dich in die Augen, du kleinen Schrubbler. Guck dir direkt. Alles klar. Was ist mit dir? Du sollst mich in die Augen gucken. Was heißt denn das hier? Gestern am Tisch. Du weißt Bescheid, ne? Geht für jeden Fall. Ich habe mir gedacht, das ist hier ein Witz normal. Nur weil ich das sonst nicht vorliegt, aber stellen wir ein Blödsinn an. Ich bin ziemlich angepiss, das kann ich euch sagen. Guckt mal auf die Uhr. Ich hätte noch zwei Stunden auf meiner Freundin rumräumen können. Stattdessen muss ich mich auf euch pfeifen wieder abgeben. Gestern habe ich euch ja versprochen, ihr dürft mal schlagen. Da wurde ja schon erzählt, dass einer richtig getreten hat. Das werden wir gleich prüfen. Ich habe heute vernünftige Sachen mit. Und dann werde ich mich revanchieren. Seid ihr bereit? Moin, Sir. Ihr habt meinen Arsch auf Zähne gestürzt, runter! So, du hast ja gestern leider an meiner Hand die Hand verletzt, habe ich gehört, ne? Okay, dann darfst du jetzt wieder ins Bett gehen, weil die Übungen gehen nicht. Soll ich laufen oder so, kann ich nur sagen, das... Ah, Kämpfer, schön, laufen machen wir. So. Ist ja schön. Hast du deinen Ständer jetzt endlich eingepackt oder was ist los? So, wir werden jetzt ein bisschen laufen und singen. Hast du Angst, dass du über unsere Hose fällst? Nimm die Hände runter. So, wir laufen jetzt auf der Stelle. Ganz locker. Hände mitnehmen. So, ich sing vor. Ihr singt im gleichen Ton nach. Laut und deutlich. Bereit? Ja, sagst du! Aha, wird ja langsam. Und die Warte auf. Running, 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 yeah, yeah. Running, 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 yeah, yeah. Running every day. Running every day. Got to keep on running, yeah, yeah. Got to keep running, yeah, yeah. Fear has gone away. Fear has gone away. Fighting, 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 yeah, yeah. Fighting, fighting, running, yeah, yeah. THEME SONG Come, don't keep up fighting, yeah, yeah, my girl is gone away, my girl is gone away. Panik! So! Mal ein lustiges Lied angestimmt haben. Füße zusammen, tief einatmen und erstmal Strecken runter und halten. Raufkommen, Grätsche, runter, Arsch raus, Beine gerade, Rücken gerade runter, kurz halten. Raufkommen, lockermann. So, erste Übung, jetzt die Navy Run. Das heißt, Arm hoch und ihr seht was, ihr lockt kleine Schütte. Zehn Sekunden. Dann geht's runter, ab eins, zwei, drei, rauf, laufen und schnell, los! Runter! Eins, zwei, drei, rauf, laufen! Lass was hören! Weiter, weiter, weiter! Wollt ihr mich verarschen, was das heißt? Weiter, weiter, eins, zwei, drei, laufen! Pass auf, bitte, anhand. Laufen, schreien! Das ist doch kein Kampf, schreien! Weiter, das schreiben meine Freunde hier im Wettelalter. Zwei, drei, laufen, normal! Und raus, raus! Rauf, raus, raus, runter! Weiter! Oh Gott!